Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundeskönigentage, die 64. hier in Köln-Stammheim, gehen so langsam zu Ende. Und wir versuchen halt dann, das Bundesfest, was dann am nächsten kommt, hier mal vorzustellen mit der Ankündigung. Sie stellen sich vor, ich bin von Brauchtum und Tradition des Deutschen Medienverband, und wir, Sie stellen sich mal vor, Sie haben am 6. bis 8. September, richten Sie das 77. Bundesfest ins Schloss Neuhaushaus. Vielleicht können Sie mir was mit Ihrer Bruderschaft dann ein bisschen mehr sagen. Ja, wir sind die größte Bruderschaft im Bund der Historischen mit knapp über 2.500 Mitgliedern. Wir feiern unser Schützenfest an diesem Wochenende, immer das erste Wochenende im Juno, mit zahlreichen Gästen und Besuchern. Und sind aufgeliedert in vier Kompanien. Und uns gibt es mittlerweile seit 1913, also deutlich über 100 Jahre, wo es uns das gibt. Wir haben 1995 schon das Bundesfest ausgerichtet und wollen uns jetzt auch 2019 wieder mit dabei ziehen. Ja, dann die Leute, die Gäste, die dann dort hinkommen, wie kommen Sie denn am besten, ob Sie jetzt Tagesgäste, ob Sie nur zum Festzug kommen oder halt auf die Tage, man muss sich ja dann halt auch Schlafmöglichkeiten halt irgendwo Quartier schaffen oder man fährt die Strecke, wenn man will, auch jeden Tag hin und zurück, aber es ist ja immer so eine Geschichte. Ja, am besten entweder Hotels in der Umgebung mittlerweile ausgebucht, aber ein bisschen weiter kriegt man halt noch was. Ansonsten mit dem Auto kann man direkt von der Autobahn abfahren, sind direkt am Festplatz soweit dabei, also die Busse haben keinen drei Minuten Fahrt, nicht von der Autobahn hin. Ansonsten haben wir hier Shuttle-Service eingerichtet mit Großraumparkplätzen, wo dann eben auch entsprechende Tagesgäste mit PKWs dann bequem von A nach B kommen können und brauchen keine weiten Wege laufen. Jetzt was zu Ihrer Bruderschaft. Ich hatte ja schon gerade gelesen, wenn ich ganz kurz mal gesagt habe, diese Ableitung Ihrer Bruderschaft. Wir kennen ja viele Bruderschaften, da sagt man ja was, die sind eigentlich gar nichts. Sankt Henrikus-Bruderschaft leitet sich ab vom Heiligen Heinrich. Heinrich und Gundi-Gunde sind halt die Namenspatronen unserer Pfarrkirche, unserer halt ehrwürdigen und daher haben wir eben den Heinrich, den Henrikus bei uns eben mit im Namen mit drin. Wie kann man Sie am besten finden? Ich sage jetzt mal übers Internet. Haben Sie eine Internetseite? Wir haben da selbstverständlich www.bundesfest2019.de oder eben Google im Bundesfest 2019. Da findet man alle Daten, auch wenn man aktuell gepflegt hat, alle Daten mit drin in den Plattfotos, Termine und so weiter. Von daher alles, was man wissen muss, steht dort geschrieben. Ja, jetzt würde es mir das jetzt nochmal freuen, vielleicht würden Sie jetzt halt die Leute, die jetzt die Ankündigung hierher bringen, kommen Sie, ich meine ganz einfach, wo, wann sollten Sie bei Ihnen sein? Wann ist die Veranstaltung? Die Veranstaltung, ja, geht über drei Tage, vom 6. bis 8. September, der Freitagabend, traditionell um 18 Uhr fangen, wir waren mit dem ökumenischen Gottesdienst, danach eben unsere große, äh, bis bald, bis bald, wünsche was. Ähm, haben wir danach eben unseren Zapfenstreich und danach die große Zeltparty mit Boxclub, wo wir über 5.000 Euro, wo rund 5.000 Gäste erwarten, das Zelt ist auch schon großteils ausverkauft. Der Samstag haben wir den ganzen Tag ab 11 Uhr dann im Schlosspark, ähm, Rahmenprogramm mit dabei, und für alle Sachen was gesorgt. Und, ähm, die Abendsanstaltungen werden weitestgehend ausverkauft, aus dem Festplatz kommt man natürlich so, aber ansonsten klaren wir das jetzt nur noch auf der Reserveliste, da ist es uns leider nicht wär. Der Sonntag, natürlich, um 10 Uhr, haben wir unsere Festmesse, mit dem Senior Kleine, mit unserem Bundespräsist, da sollte man natürlich um 10 Uhr da sein, damit man die volle Festfeste mitkriegt, und dann um 4. bis 12 geht es dann im großen Fest, und durch die Alternative, die da kommen. Wie viele Schützen erwarten Sie zu Ihrem Bundesfest? Wir erwarten so rund 18.000 bis 20.000 Schützen, wir haben deutlich über 70 Kapellen mit dabei, und was an den Gästen ist, das wären wir selber auch nochmal so, dass wir so 45.000 bis 50.000 an den Schussneus haben. Ja, dann bedanke ich mich, wir werden uns wahrscheinlich am Sonntag, den 18. September, werden wir über Ihren Festzug in voller Länge berichtet, den man halt dann auch im Netz sehen kann, abgucken kann, und das ist kostenlos. Das bieten wir an, halt kostenlos, nicht immer nur was bezahlen, wir sind halt grundsätzlich unter Baupunktradition, die Leute zahlen genug, und deswegen müssen wir nicht auch noch Geld nehmen. Das ist halt was wir verbinden. Ja, dann bedanke ich mich der Herzen und wünsche euch einen schönen Tag hier in Stammheim. Ja, das war die erste Einstellung für die Bundes-Fest 2019 in Schloss Neuhaus. Ja, wir bedanke uns und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, das war die erste Einstellung für die Bundes-Fest 2019 in Schloss Neuhaus.